Willkommen in der Nacht, Kollegen. Eine Abteilung, ein Staubladen. Und wir können nicht so gut mit dem Konserv. Kann ich den Stapler mal kurz? Wird mir leid, Wolfgang. Aber dann komm dich nächstes Mal wieder und bettel. Stapler-Konflikte. Du hast ein Auge auf sie geworfen. Was? Schon eine ganze Weile. Die süßwaren Marion findest du wohl ganz süß, nicht wahr? Die Marion ist nicht auf den Kopf gefallen. Aber du darfst da nicht wehtun. Na, willst du mich nicht einladen? Ich bin ja mehr ein Auffüller als ein Aufräumer. Weit liegt wahrscheinlich wieder mit. Was würdest du dir wünschen? Ich meine, einfach so. Jetzt. Ja, was? Vielen Dank.